hallo heute machen wir mal einen ganz etwas ganz anders heute machen wir mal happy draw so überprüfen sie das thema linie ja gut wenn man fängt erst mal an man muss erst mal ausprobieren so also jetzt machen wir mal eine linie einfach mal eine linie ziehen also es geht darum es gibt eine künstliche intelligenz bleibt damit schon richtig 20 sekunden hast du nur 20 sekunden eine künstliche intelligenz die erkennen soll ob das ich denke es ist so ein quadrat ich denke es ist so streichhölzer geschirrspüler reisepass buch karte schwimmbad kalender fernbedienung so jetzt muss man sich schon wieder eine werbung anschauen okay welches welches fenster ist das jetzt hier das war es mal kurz dass wir die werbung nicht haben das war ich darum okay also dann werde ich das nächste probieren radio ja ich habe nur 20 sekunden toll radio ich denke es ist so krissen ja ich bin ich dann alles hat erkannt radio ok telefon telefon richtig schlecht im zeichen gartenschlauch ich denke es ist eine maus polizei auto auto gut wie witzig so alles da jetzt noch mal hier okay so ich fange jetzt gleich an ist doch scheißegal ist scheißegal lass doch den sound drin ich muss sagen wir müssen da gleich wieder hin ein korb ein korb okay ich denke es ist super wäre ich denke es ist schädlich ein korb was bist du krass junge so nächste werbung schließen so das ist aber einfach jetzt ja ein quadrat wir haben thema nummer sechs geschafft so eine ampel alles klar das ist einfach 12 hat es schon erkannt okay schlüssel ein schlüssel da kommen das ist auch einfach ein schlüssel gut geht schon aber der ist aber gut jetzt überlegt er wie sieht eine birne ein achteck lächelndes gesicht ein fluss das ging aber nichts gezeichnet doch ich habe eine gewählte linie das kuchen das ist aber gut das sind so alt ist krass so schnell erkennt die die eides regen wo es geht es ist aber schon krank oder blume stopp schild ha 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 brokkoli briefkasten straßen nicht mikrofon vollgetran stopp schild ha 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 okay ha 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 ist das witzig oh mein gott ist das wenn sie aber regal ist doch wohl sہ jetzt hier wir können auch den so da wieder rein und dann überspringen kurze hose wie machst du eine brille gewehr bohren auch hat sogar erkannt was ein wunder werbung 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 wir werden werbung überschüttet egal 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 einfach einfach ein kreis teich krass ne zeh es ist ja unglaublich dass er sowas erkennt es gibt es noch mehr leute die so schlecht mal ein oh ja klar ein löwe ich denke es ist zahnpasta mega gut löwe nein keine ahnung teekanne keine ahnung ja okay tornado deckenventilator hurricane oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott was war denn das berg berg auch komm schon das kann nicht dein ernst sein so mein glas also wie maße socke flipflops büroklammer kaktus soll denn das rucksacklaterne geldbörse ein weinglas mein gott kissenhalskitz alter mond wie viele werbung müssen wir uns angucken bei jedem feldversuch ja immer bei dir dann oh mein gott was war denn das ja da mache ich das jetzt mal wieder rein was war denn das so ein kanu cello cello instrument ja das instrument in cello nein 24 10 sekunden auf cello eine kartoffel so jetzt kann man wieder überspringen machen okay weiter geht's also geschirrspüler willst du mich verarschen ein geschirrspüler hey dann machst du einfach ein kreis mit rein in der kent in der ente hockeyschläger, linie, golfclub, besen, rächen, aber das könnte gar nicht, stiche, ellbogen hey ich wollte gerade sagen das kann was werden, zahnpasta was wie ungefähr baseball du musst einen baseballschläger machen und einen ball ja hey Eis ich denke es ist eine pizza Eis juhu so ein Auto das ist aber auch einfach Alter wie malst du denn ein Auto Alter wie malst du, dass der das erkennt ich glaub das nicht ich glaub das nicht ja oh mein gott ein Löffel ja komm, du kriegst doch die einfachste Sache, ey so ein Steak oh mein gott keine ahnung wie ich das zeichnen soll Fluss chinesische Mauer Ozean ey krass dass du das erkannt hast das sieht aus wie ein Spiegelei das sieht aus wie ein Spiegelei unglaublich so ne Mikro willst du mich verarschen, ne Mikrowelle dann erkennt die das sowieso wieder seitlich okay das war's hey Mikrowelle du musst so viel zeichnen ja gleich das ist echt krass oh mein gott Regenschirm da kommt der ist aber auch leicht Regenschirm ist leicht ein Schwan okay oh mein gott warum könnt ihr was so gut zeichnen ne Schere hey wunderbar sind schon bei 36 guck dir das an ne Glühbirne Alter was Steckdose nein das ist doch einfach Steckdose so eine Katze willst du mich verarschen scheichne mich ab hier bin ich hier gleich hier ja ist ja gut ach das ging ja schnell Katze so fußball ja gut crazy saxophon viel spaß warum können die waspen so gut zeichnen warum können die waspen so gut zeichnen im saxophon weitermachen eis am stil eis am stil ich sag jetzt nicht wie das aussieht ich weiß ne axt das geht ja noch das ist doch nicht gut gezeichnet das ist einfach nur schnell hingekriekelt ein tennisschläge mit einem ball ich würde da drin noch striche machen überall ja weil sonst erkennt er es nicht so hörgeräte sensation ausgleichen du kannst doch direkt auf x rum direkt auf x rum geht das ja ja so ein känguru willst du mich verarschen willst du mich verarschen als rachmann ein känguru zeichen ok willst du mich verarschen ok das ist jetzt das letzte egal ne ihr habt sogar erkannt nice also wenn ich das weggegeben würde dann würde ich mich dabei betaufen und bis dahin und tschüss